Freundinnen und Freunde der Sterne, große Ereignisse kündigen sich an. Im März wechseln die kosmischen Megaplayer Saturn und Pluto das Zeichen. Das bringt auf lange Sicht große Veränderungen. Außerdem ist Frühlingsanfang und es gibt noch vier weitere Planetenübergänge. Was das alles für euch persönlich und euer Sternzeichen bedeutet, darum geht es in diesem Video und Podcast. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast mit euren Tendenzen für den März 2023. Die Timecodes, wann euer Sternzeichen jeweils beginnt, findet ihr unten in der Videobeschreibung bzw. beim Podcast in den Shownotes unter dem Horoskope-Shop. Es ist Frühlingsanfang und insgesamt sechs Planeten werden in diesem Monat das Zeichen wechseln. Der Wind des Wandels und der Erneuerung weht durchs Horoskop. Der erste super wichtige Übergang des Monats ist der Wechsel von Großmeister Saturn ins Zeichen Fische und zwar genau zu Vollmond am 7. März. Dieser Transit dauert dann zwei Jahre bis Mai 2025 und dann gibt es im zweiten Halbjahr 2026 nochmal fünf Monate Nachspielzeit. Das ist ein 30-jähriger Zyklus, also eine große Sache. Saturn ist der Planet der Meisterschaft und beeinflusst unsere Pläne und unsere Erfolge. Wohin die Reise mit Saturn in den Fischen geht, erfahrt ihr in meinem ausführlichen Special. Saturn geht in die Fische, so wird es für die zwölf Sternzeichen. Und das geht als Video und Podcast am 6. März online. Wenn ihr darüber hinaus wissen wollt, wie sich Saturns Kräfte in eurem persönlichen Horoskop auswirken, dann habe ich hier ein tolles neues Produkt für euch. Das große schriftliche Saturn-Horoskop Wege zur Meisterschaft. Er stellt für euch auf der Basis eurer Geburtsdaten. Darin erfahrt ihr, welche Saturn-Lektionen nun für euch anstehen und wie ihr damit am besten umgehen könnt. Und weil Saturn-Prozesse ihre Zeit brauchen, gilt dieses Horoskop für zwei Jahre ab Bestellung. Dann habt ihr Planungssicherheit mit Saturn. Zusätzlich findet ihr darin viele wertvolle Tipps, wie ihr Saturn-Probleme heilen könnt. Das große Saturn-Horoskop als PDF umfasst circa 20 bis 30 Seiten und ihr erhaltet es jetzt mit 30 Prozent Einführungsrabatt. Gutscheincode ist Saturn23 und die Aktion geht bis zum 20. April. Mehr Infos gibt es hier auf der Infokarte oder in der Videobeschreibung bzw. im Podcast in den Shownotes. Und dann steht diesen Monat noch ein mega spannender Übergang an. Machtplanet Pluto betritt am 23. März zum ersten Mal seit 246 Jahren wieder den Wassermann. Das ist erstmal nur für knapp drei Monate, aber es ist ein wuchtiger Übergang. Denn darin steckt die Energie des Frühlingsanfangs, der ja auch der Beginn des neuen astrologischen Jahres ist und des darauf folgenden Neumonds im Widder. Das alles geschieht innerhalb von nur drei Tagen zwischen dem 20. und 23. März. Das sind also gewaltige Erneuerungskräfte, die da am Werk sind. Und wir können die Neumond-Meditation nutzen, um schon mal in diese Energie hineinzuspüren. Am liebsten würde ich sagen, es erwartet uns ein galaktischer Bewusstseinssprung. Aber ich bin ja ein realistischer Steinbock. Die kosmische Energie von Pluto im Wassermann ist enorm, aber wir müssen sie erstmal in unserem Lebensalltag integrieren und verstehen. Das kann etwas dauern. Aber dafür gibt uns der Kosmos auch genug Zeit. Bis Pluto ganz im Wassermann angekommen ist, wird es Ende 2024. Und dieser Transit dauert dann 20 Jahre. Außer Saturn und Pluto wechseln im März noch vier weitere Planeten, die Zeichen. Und es ist Frühlingsanfang. Das ist einer der vier wichtigen Sonnenwendpunkte des Jahres. Und nicht nur das. Wir haben auch eine ganz besondere Heilungs- und Erkenntniskonstellation mit Chiron, Venus und Jupiter. Es ist also mächtig, was los im Kosmos. Und wie sich das alles für euer Sternzeichen auswirkt, erfahrt ihr gleich in den Sternzeichenhoroskopen. Die kosmische Schwingung mit allen Einzelheiten und Planetenwechseln im März schauen wir uns im Livestream am 27. Februar noch mal genauer an. Und der Beitrag steht euch dann auch als Video oder Podcast zur Verfügung. Auch den Übergang von Pluto in den Wassermann werde ich mit Livestreams und Videobeiträgen für euch begleiten. Der erste Beitrag wird heißen Zeitenwende Episode 2. Da geht es um das Zusammenspiel von Saturn und Pluto bei diesem großen Wandel. Deshalb abonniert meinen Kanal und ganz wichtig aktiviert auch das Glöckchen für die Benachrichtigungen, damit ihr kein neues Video verpasst. Bevor wir mit den Sternzeichen-Videos anfangen, habe ich hier noch ein Geschenk für euch. Es gibt auch diesen Monat wieder ein schönes Gewinnspiel und teilnehmen können alle meine treuen und neuen Abonnentinnen und Komponenten. Diesmal verlose ich ein individuelles Geburtshoroskop als PDF. Das solltet ihr alle im Haus haben, damit ihr nachvollziehen könnt, in welchen Bereichen eures Horoskops sich die Zeichen Wassermann und Fische befinden. Denn dort finden die großen Transformationen der nächsten Jahre statt. Wie ihr teilnehmt, erfahrt ihr am Ende dieses Videos im Serviceteil. In der Verlosung vom Februar gab es ein schriftliches Partnerhoroskop als PDF zu gewinnen und das geht an Marina Biskowski. Herzlichen Glückwunsch liebe Marina und danke für dein nettes Feedback. Bitte melde dich unter der unten eingeblendeten E-Mail-Adresse bei uns, damit wir dir deinen Gewinn zuschicken können. Als Tipp möchte ich euch noch mitgeben, dass ihr bei mir auf Instagram täglich erfahrt, welche wichtigen neuen Konstellationen sich ereignen und was sie bedeuten. Da schaue ich mir auch die Aspekte der Mondin ganz genau an und natürlich erfahrt ihr dort auch immer, wenn ein Planet das Zeichen wechselt. Wenn ihr diesen völlig kostenlosen Service nutzen wollt, müsst ihr mir einfach nur auf Instagram folgen, auch unter Antonias Sterne. Jetzt steigen wir ein in die Sternzeichenhoroskope des Monats und für mehr Informationen könnt ihr euch auch zusätzlich noch das Zeichen eures Aszendenten anschauen und wir beginnen wie immer mit den Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Hallo ihr fabelhaften Wiedergeborenen und Wiederaszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt im März Geburtstag habt. Das wird ein bewegter Monat mit dem Übergang von Pluto in den Wassermann und Saturn in den Fischen. Das schauen wir uns gleich an. Vorher habe ich genau dazu noch einen Geschenktipp für euch, könnt ihr euch auch zum Geburtstag wünschen. Es lohnt sich herauszufinden, wie der mächtige Player Saturn in eurem individuellen Horoskop seine Kraft entfaltet. Anlässlich des neuen großen Saturntransits präsentiere ich euch das schriftliche Saturnhoroskop Wege zur Meisterschaft. Er stellt für euch persönlich auf der Basis eurer Geburtsdaten. Erfahrt darin auf 20 bis 30 Seiten, welche Saturnlektionen in den kommenden beiden Jahren für euch anstehen und wie ihr damit am besten umgehen könnt. Inklusive vieler wertvoller Tipps zum Thema Saturnprobleme heilen. Ihr bekommt das Saturnhoroskop jetzt mit 30 Prozent Einführungsrabatt und die Aktion gilt bis zum 20. April mit dem Gutscheincode Saturn23. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung bzw. im Podcast in den Shownotes. Der März beginnt für euch mit einer ganz tollen Konstellation der Heilung und Erkenntnis. Denn Optimist Jupiter, Heiler Chiron und die Venus treffen sich bei euch im Zeichen. Vom 1. bis zum 6. März gibt es intensive Tage, an denen ihr Heilung und Verständnis in einer Liebesangelegenheit oder auch für eure Selbstliebe erfahren könnt. Ihr seht jetzt den Sinn sogar in schwierigen oder schmerzlichen Situationen und erkennt, wo ihr etwas zum Positiven verändern könnt. Und vom 6. bis zum 16. März ist die Liebes- und Flirtenergie besonders prickelnd. Wenn ihr die Tage vorher genutzt habt, um Schwierigkeiten zu klären oder zu heilen, könnt ihr das dann in vollen Zügen genießen. Auch für alle spirituell ausgerichteten Wiedergeborenen ist die erste Monatshälfte sehr ergiebig. Der Vollmond am 7. März aktiviert eure heile Achse und ihr könnt in einem Ritual in die geistige Welt eintauchen und den Fokus auf ein gesundheitliches oder mentales Thema richten. Genau am Tag des Vollmonds wechselt Saturn ins Zeichen Fische. Der mächtige Meisterplanet wird sich dann für zwei Jahre in eurem zwölften Haus der Spiritualität und des Rückzugs aufhalten und kann für euch ein innerer Schamane werden, wenn ihr seine Prüfungen annehmt und euch darauf einlasst. Mehr zum großen Saturn-Transit und wie er für euch wirkt, erfahrt ihr auch in meinem Video-Special über Saturn in den Fischen ab dem 6. März. Beruflich solltet ihr es möglichst erstmal ruhig angehen lassen. Das ändert sich dann aber ab der Monatsmitte. Dann seid ihr auf einmal gefordert, im Job oder auch im Umgang mit Behörden richtig Gas zu geben, euren Schreibtisch aufzuräumen und eure Projekte energisch voranzutreiben. Am 19. März geht der Merkur in den Widder und stärkt eure geistigen Kräfte und eure Schlagfertigkeit. Auch finanziell zieht der Monat in der zweiten Hälfte deutlich an, denn die Venus besucht ab dem 16. März den Stier und damit euer Geldhaus. Das ist bis zum 11. April günstig für finanzielle Vorhaben, zum Beispiel falls ihr Geldgeber für ein bestimmtes Projekt sucht oder Gespräche mit eurer Bank habt. In den letzten Tagen des März winkt sogar das Lottoglück. Probiert es ruhig mal aus. Am 20. März um 22.24 Uhr ist dieses Jahr Frühlingsanfang und dann geht die Sonne in euer Zeichen. Sie schenkt euch dann für vier Wochen Vitalität und Lebensfreude und bis Ende des Monats habt ihr eine besonders gute Zeit, um an Herzensprojekten zu arbeiten. Für Singles ist das toll zum Flirten und um eine Affäre zu beginnen. Tags darauf am 21. März ist Neumond im Widder und im April schenkt euch der Kosmos sogar noch einen zweiten Widder-Neumond. Das lenkt ungeheure Aufbruchsenergien in euer Zeichen und ihr habt zweimal die Möglichkeit, eine wichtige Neumond-Meditation durchzuführen und Kraft in eure Lebensthemen für die kommenden zwölf Monate zu lenken. Nur zwei Tage später beginnt der Übergang von Pluto in den Wassermann. Erstmal nur für drei Monate. Aber ab 2024 wird er dann final aus dem Konfliktaspekt zu eurer Sonne herausgehen und eine neue Qualität von Unterstützung durch einflussreiche Leute wird sich in eurem Leben breit machen. Ihr könnt die nächsten Neumonde auch nutzen, um da hinein zu spüren, was sich jetzt auf lange Sicht für euch positiv entwickeln darf, wo die ewigen Machtkämpfe endlich aufhören und die Dinge sich konstruktiver entwickeln dürfen. Es kann jedoch sein, dass ihr so schnell nicht zur Ruhe findet, denn am 25. März geht der Mars für acht Wochen in den Krebs. Das ist für euch ein stressiger Aspekt, nachdem der innere Krieger vorher über sieben Monate günstig für euch in den Zwillingen stand. Doch bis Ende März gibt es erstmal konstruktive Aspekte, sodass ihr wahrscheinlich sehr produktiv sein werdet. Das waren eure Tendenzen im März. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo ihr wundervollen Stiergeborenen und Stier-Ascendenten. Der März fängt verträumt an, aber in der zweiten Hälfte wird es richtig aufregend. Ihr könnt Begegnungen erleben, die euer Leben verändern. Außerdem beginnt der neue große Saturn-Transit und der dürfte sich für euch richtig günstig entwickeln. Genau dazu habe ich hier noch einen wichtigen Tipp für euch. Es lohnt sich herauszufinden, wie der mächtige Player Saturn in eurem individuellen Horoskop seine Kraft entfaltet. Anlässlich des neuen großen Saturn-Transits präsentiere ich euch das schriftliche Saturn-Horoskop Wege zur Meisterschaft. Er stellt für euch persönlich auf der Basis eurer Geburtsdaten. Erfahrt darin auf 20 bis 30 Seiten, welche Saturn-Lektionen in den kommenden beiden Jahren für euch anstehen und wie ihr damit am besten umgehen könnt. Inklusive vieler wertvoller Tipps zum Thema Saturn-Probleme heilen. Ihr bekommt das Saturn-Horoskop jetzt mit 30 Prozent Einführungsrabatt und die Aktion gilt bis zum 20. April mit dem Gutscheincode SATURN23. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung bzw. im Podcast in den Shownotes. Ihr startet mit vielen günstigen Aspekten in den Monat und könnt euch relativ frei entscheiden, in welche Projekte ihr eure Kraft investieren wollt. Wichtig ist, dass ihr nicht abwartet, sondern selbst die Initiative ergreift. Dann werden andere euch gern unterstützen. Außerdem habt ihr eine besondere Konstellation in der ersten Märzwoche, dann könnt ihr eine spirituelle oder geistige Heilung erzielen. Beruflich läuft es gut, besonders wenn ihr mit innovativen Themen beschäftigt seid. Erfinderplanet Uranus regt euch geistig und sozial sehr an. Höhepunkt ist hier die Vollmond-Konstellation, am 7. März, in den Zeichen Jungfrau und Fische, die bei euch die Kreativität und die Lust auf soziale Aktivitäten weckt. Wenn ihr in den Tagen rund um diesen Vollmond eingeladen seid, geht unbedingt hin, denn ihr könnt dabei interessante neue Leute treffen. Genau zu Vollmond wechselt Saturn das Zeichen und geht dann für zwei Jahre durch die Fische. Nun macht sich Erleichterung breit, denn in den zweieinhalb Jahren zuvor stand Saturn ziemlich schwierig für euch. Doch jetzt nehmen eure Pläne leichter Gestalt an. Saturn hilft euch dabei, eure Unentschlossenheit und euren Hang zum Aufschieben zu überwinden und aktiv zu werden. Mehr darüber, wie der neue Saturn-Transit auf euch wirkt, erfahrt ihr in meinem Video-Special zu Saturn in den Fischen ab dem 6. März. Finanziell raten die Sterne vom 12. bis 18. März zur Aufmerksamkeit. Ihr könntet einer Fehleinschätzung erliegen, gleichzeitig aber sehr fordernd auftreten. Das wäre besonders heikel, wenn es um Geld geht, das ihr im Freundeskreis geliehen oder verliehen habt. Ab dem 16. März besucht Liebesgöttin Venus euer Zeichen und verleiht euch eine sehr charmante und verführerische Ausstrahlung. Und wenn ihr Single und auf der Suche seid, sind die Chancen vom 18. bis zum 24. März sehr hoch, den Seelenpartner zu treffen. Das sind vielleicht die schönsten Tage des Jahres, um sich zu verlieben. Die Festliierten unter euch können ebenfalls sehr interessante Menschen treffen, mit denen sie beruflich oder sozial etwas auf die Beine stellen können. Am 20. März um 22.24 ist Frühlingsanfang und die Sonne geht ins Zeichen Widder in euer kosmisches zwölftes Haus des Rückzugs und der Träume. Wundert euch deshalb nicht, wenn ihr euch in den nächsten Wochen ein bisschen früh aus müde fühlt und gerne mal länger kuschelt. Für die spirituellen Stiergeborenen kommen nun vier schöne Wochen, in denen sie einen besonders guten Draht zur geistigen Welt haben. Und dieses Thema wird von gleich zwei aufeinanderfolgenden Neumonden im Widder aktiviert. Der erste ist am 21. März. Dieser besondere Neumond zu Frühlingsanfang ist für euch eine wunderbare Gelegenheit, um euch mit den spirituellen Kräften der Natur zu verbinden. Ihr könnt aber auch schon mal in den neuen großen Pluto-Transit hineinspüren, denn nur zwei Tage später, am 23. März, betritt Pluto erstmals für circa drei Monate den Wassermann. Achtet mal darauf, was sich in dieser Zeit für euch zeigt, besonders im Hinblick auf berufliche Entscheidungen. Pluto wird dann auf lange Sicht große Veränderungen bezüglich eurer Karriere bringen. Der finale Wechsel ist aber erst 2024. Bis dahin habt ihr noch ein bisschen Zeit und dazu werde ich ebenfalls noch ein ausführliches Video-Special machen. Ab dem 25. März habt ihr erst mal acht produktive Wochen mit Powerplanet Mars, der dann für euch günstig im Krebs steht. Und in den letzten Märztagen ergeben sich noch mal spannende Begegnungen für die Singles, da kann sogar der Liebesblitz einschlagen. Aber da muss sich dann erst noch erweisen, ob eine solche Begegnung von Dauer ist. Es kann also nicht schaden, wenn ihr in so einem Fall die 90-Tage-Regel anwendet und euch das Ganze erst mal in Ruhe anschaut. Das waren eure Tendenzen im März. Alles Gute mit den Sternen! Hallo, ihr fantastischen Zwillingegeborenen und Zwillinge-Ascendenten! Nach sieben Monaten verlässt Mars nun euer Zeichen. Doch es wird kaum ruhiger für euch werden. Mit dem Wechsel von Großmeister Saturn in euer Karrierehaus stehen bereits neue Veränderungen vor der Tür. Bevor wir uns das anschauen, habe ich genau dazu noch einen wichtigen Tipp für euch. Es lohnt sich herauszufinden, wie der mächtige Player Saturn in eurem individuellen Horoskop seine Kraft entfaltet. Anlässlich des neuen großen Saturn-Transits präsentiere ich euch das schriftliche Saturn-Horoskop Wege zur Meisterschaft. Er stellt für euch persönlich auf der Basis eurer Geburtsdaten. Erfahrt darin auf 20 bis 30 Seiten, welche Saturn-Lektionen in den kommenden beiden Jahren für euch anstehen und wie ihr damit am besten umgehen könnt. Inklusive vieler wertvoller Tipps zum Thema Saturn-Probleme heilen. Ihr bekommt das Saturn-Horoskop jetzt mit 30 Prozent Einführungsrabatt und die Aktion gilt bis zum 20. April mit dem Gutscheincode Saturn23. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung beziehungsweise im Podcast in den Shownotes. Der März beginnt mit einer schönen heilsamen Konstellation von Jupiter, Venus und heiler Chiron im Bereich eurer Wahlverwandtschaften. Verbringt also Zeit mit euren Freunden und Freundinnen und kümmert euch um euer soziales Netzwerk. Von dort erhaltet ihr wertvolle Inspirationen. Am 7. März haben wir den Vollmond in den Zeichen Jungfrau und Fische und an diesem Tag wechselt Saturn ins Zeichen Fische. Dabei bewegt er sich in euer kosmisches Karrierehaus. Es geht nun in den nächsten zwei bis drei Jahren darum, dass ihr mehr Verantwortung für euer eigenes Leben und eure persönliche Berufung übernehmt. Saturn prüft, ob ihr wirklich an das glaubt, was ihr tut. Wenn ja, dann könnt ihr sehr erfolgreich sein, auch wenn es mit viel Arbeit verbunden ist. Mehr darüber, wie Saturn für euch wirkt, erfahrt ihr in meinem großen Saturn-Special, das am 6. März online geht. In der Liebe habt ihr vom 7. bis zum 17. März eine etwas kritische Phase, wenn ihr fest liiert seid. Eure Flirt- und Abenteuerlust ist geweckt und ihr solltet darauf achten, keine falschen Signale zu setzen. Wenn ihr jetzt fremd flirtet, könnte das längerfristige Konsequenzen haben. Was für fest liierte Zwillinge eine Herausforderung darstellt, ihren Charme nicht ausufern zu lassen, ist natürlich für alle Singles, die gerade auf der Suche sind, eine super Chance. Die Sterne raten euch jedoch dazu, euch nicht überstürzt auf einen neuen Menschen einzulassen. Wenn Liebesgöttin Venus am 16. März in den Stier wechselt, können sich heiße Flirts wieder abkühlen. Die Venus zieht sich dann in euer Haus der Spiritualität und Träume zurück und ihr habt vielleicht mehr Bedürfnis nach Rückzug und Me-Time. Vom 9. bis zum 21. März solltet ihr besonders gut auf eure Gesundheit achten. Die kann sich in dieser Zeit protestierend zu Wort melden. Euer Immunsystem hat gerade besonders viel zu tun und in der Zeit bis zum Frühlingsbeginn tut ihr gut daran, auf genug Schlaf und Ruhe zu achten. Am 20. März um genau 22.24 Uhr ist dieses Jahr Frühlingsanfang. Dann geht die Sonne in den Widder, gefolgt vom Neumond im Widder am 21. März. Der Fokus geht nun zu eurem sozialen Umfeld und das ist sehr schön für euch, denn wir haben einen zweiten Neumond im Widder am 20. April und auch hier rückt euer Freundeskreis nochmal ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Der Neumond im März ist auch deshalb so spannend, weil er den Übergang Plutus in den Wassermann am 23. März begleitet. Für die kommenden drei Monate richtet der Machtplanet erstmals seit 246 Jahren seine Energie auf das Zeichen Wassermann, was ja wie ihr ein Luftzeichen ist. Die kommenden drei Monate sind schon mal ein Vorgeschmack auf die Zeitqualität der nächsten 20 Jahre. Ihr seid wichtige Akteure in dieser neuen Zeitqualität, denn euer Geist ist sehr beweglich und eure Ideen sind gefragt. 2024 ist der Übergang dann final und wir haben eine Änderung in der Energie, die sehr günstig für euch ist. Deshalb könnt ihr die Neumond-Meditation schon mal nutzen, um zu erspüren, wie die neue Zeitqualität sich für euch anfühlt. Also nicht nur darüber nachdenken, sondern richtig spüren, wie sich das für euch anfühlt. Das ist besonders wichtig für die Zwillinge und Zwillinge-Ascendenten, die ja gerne im Kopf bleiben. Am 25. März endet dann der superlange Transit von Kampfplanet Mars in eurem Zeichen. Hier hat er euch die letzten sieben Monate lang gepusht und euch möglicherweise auch viel darüber gelehrt, wie ihr mit eurer eigenen inneren Kraft und Energie haushalten könnt. Der Mars geht dann durch euer Geldhaus und verbündet sich als erstes mit Saturn. Und das kann euch im Berufsleben mit der Frage nach euren Werten in Berührung bringen. Erhaltet ihr genug Anerkennung und auch finanzielle Vergütung? Diese Fragen könnten sich stellen. Das waren eure Tendenzen im März. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr zauberhaften Krebsgeborenen und Krebs-Ascendenten. Meisterschaftsplanet Saturn wechselt am 7. März in das Zeichen Fische und wird euch von hier aus für die nächsten zwei Jahre mit viel stabilisierender Energie kosmisch unterstützen. Und genau dazu habe ich hier auch noch einen wertvollen Tipp für euch. Es lohnt sich herauszufinden, wie der mächtige Player Saturn in eurem individuellen Horoskop seine Kraft entfaltet. Anlässlich des neuen großen Saturn-Transits präsentiere ich euch das schriftliche Saturn-Horoskop Wege zur Meisterschaft. Er stellt für euch persönlich auf der Basis eurer Geburtsdaten. Erfahrt darin auf 20 bis 30 Seiten, welche Saturn-Lektionen in den kommenden beiden Jahren für euch anstehen und wie ihr damit am besten umgehen könnt. Inklusive vieler wertvoller Tipps zum Thema Saturn-Probleme heilen. Ihr bekommt das Saturn-Horoskop jetzt mit 30 Prozent Einführungsrabatt und die Aktion gilt bis zum 20. April mit dem Gutscheincode SATURN23. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung beziehungsweise im Podcast in den Shownotes. Zu Beginn des Monats haben wir eine tolle Heilungskonstellation in eurem Lebensbereich der Karriere und der Berufung. Heiler Chiron verbindet sich mit Liebesgöttin Venus und Optimist Jupiter in eurem 10. Haus und bringt den vielleicht dringend ersehnten Durchbruch in schwierigen Projekten oder angespannten beruflichen Situationen. Zum Vollmond am 7. März im sensitiven Zeichen Jungfrau seid ihr wahrscheinlich in sehr sensibler Stimmung. Ihr könnt die Energie sehr gut nutzen, um achtsam mit euch selbst zu sein und um Pläne zu schmieden. Denn mit dem Vollmond wechselt Saturn in die Fische. Der Meisterplanet unterstützt euch dann dabei, Ziele zu verwirklichen und, wenn ihr das wollt, gute Leute zu finden, die mit euch an einem Strang ziehen. Ihr solltet euch einen 2-3-Jahresplan erstellen, denn ihr könnt nun die Weichen für die Zukunft stellen. Der Saturn-Transit ist super günstig für euch und ihr werdet das Gefühl haben, dass die Dinge sich nun endlich fügen und sich der Einsatz der letzten Jahre gelohnt hat. Mehr dazu erfahrt ihr in meinem großen Special über Saturn in den Fischen ab dem 6. März. Am 16. März wechselt Liebesgöttin Venus ins Zeichen Stier und ihr bekommt für die nächsten vier Wochen tolle soziale Konstellationen. Ihr lernt neue Leute kennen und für alle Singles, die auf der Suche sind, sind das wunderbare Möglichkeiten, um innerhalb von Vereinen oder Gruppen von Gleichgesinnten spannende und inspirierende Kontakte zu knüpfen. Und da kann sogar der Seelenpartner dabei sein. Merkt euch mal die Zeit vom 17. bis 24. März. Das ist eine ganz besondere Phase für die Liebe. Aber nicht nur Liebespartner, auch berufliche Kontakte und Interessensgemeinschaften, versprechen schöne Anregungen und nachhaltige Erfolge. Am 20. März um genau 22.24 Uhr ist Frühlingsanfang. Dann geht die Sonne in den Widder, gefolgt vom Neumond im Widder am 21. März. Das bedeutet, dass euer Karrierebereich und eure Gesundheit im Fokus stehen. In einer Neumond-Meditation könnt ihr zum Beispiel über Neuerungen und Verbesserungen in beiden Bereichen nachdenken. Aber übernehmt euch rund um diesen Neumond nicht. Wir haben einen zweiten Neumond im Widder am 20. April und da könnten sich dann noch mal ähnliche Themen zeigen. Dann seid ihr schon gerüstet, was potenziellen Stress angeht. Der Beginn des Frühlings ist nicht nur eine Zeit zum kollektiven Aufatmen, weil der Winter sich nun verabschiedet. Er begleitet auch den Übergang Plutos in den Wassermann am 23. März. Für euch ist das eine super wichtige Veränderung, weil sich Pluto die letzten 15 Jahre in eurem Partnerhaus aufhielt und das war nicht immer einfach für euch. Die Energie wird sich nun leichter anfühlen und romantische Verbindungen werden nicht mehr so überschattet sein, weil andere euch unter Druck setzten und nicht immer klar war, ob intensive Verbindungen auch gut für euch waren. Allerdings dauert der finale Übergang noch bis Ende 2024. Pluto macht zunächst nur einen ersten Schritt in den Wassermann. Am 25. März wechselt Kampfplanet Mars nach sieben langen Monaten in den Zwillingen nun in euer Zeichen Krebs und wird euch mit kosmischer Energie unterstützen. Saturn verbündet sich dann von den Fischen aus mit dem Powerplaneten und ihr bekommt mächtig Rückenwind. Die Energie des neuen Saturn-Transits läuft nun an und ihr wollt euch das vielleicht erstmal ganz in Ruhe anschauen. Aber Mars wird euch gleich bis Mitte Mai auffordern, die ersten Schritte zu tun, um große Ziele zu verwirklichen. Traut euch ruhig, ihr habt jetzt langfristig die Kraft dafür. Zum Monatsende habt ihr dann noch tolle Verbindungen in eurem sozialen Netzwerk, wenn sich Liebesgöttin Venus mit Erneuerer Uranus und Schicksalsanzeiger Mondknoten verbindet. Ihr könntet in der digitalen Welt tatsächlich auch Menschen treffen, die wichtig für euren Seelenweg sind. Das waren eure Tendenzen im März. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Ascendenten. Der Frühlingsbeginn weckt eure Lebensgeister und auch der große Wechsel von Saturn wird sich für euch wie eine Erleichterung anfühlen. Doch was hat Saturn als nächstes mit euch vor? Das schauen wir uns gleich näher an und dazu habe ich auch noch einen wichtigen Tipp. Es lohnt sich herauszufinden, wie der mächtige Player Saturn in eurem individuellen Horoskop seine Kraft entfaltet. Anlässlich des neuen großen Saturntransits präsentiere ich euch das schriftliche Saturnhoroskop Wege zur Meisterschaft. Er stellt für euch persönlich auf der Basis eurer Geburtsdaten. Erfahrt darin auf 20 bis 30 Seiten, welche Saturnlektionen in den kommenden beiden Jahren für euch anstehen und wie ihr damit am besten umgehen könnt. Inklusive vieler wertvoller Tipps zum Thema Saturnprobleme heilen. Ihr bekommt das Saturnhoroskop jetzt mit 30 Prozent Einführungsrabatt und die Aktion gilt bis zum 20. April mit dem Gutscheincode Saturn23. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung beziehungsweise im Podcast in den Shownotes. Der März beginnt für euch mit einer sehr schönen Heilungsenergie, weil Wohltäter Jupiter, Liebesgöttin Venus und Heiler Chiron im Zeichen Witter zusammenkommen und von hier aus gemeinsam günstige Aspekte auf eure Sonne oder euren Aszendenten bilden. Es könnte sein, dass ihr jetzt den Sinn hinter einer verpassten Liebes- oder Jobchance sehen könnt oder Heilung in ein anderes wichtiges Thema kommt. Der Vollmond am 7. März im Zeichen Jungfrau aktiviert den Geldbereich in eurem Horoskop. Beruflich weisen die Aspekte der wilden Lilith auf Auseinandersetzungen zwischen Freiheitsdrang und Vorgaben hin. Das betrifft im Moment vor allem die Julilöwen, aber der Wunsch nach Freiheit und Selbstbestimmung wird bis Oktober für alle Löwen ein Thema bleiben. Genau zu diesem Vollmond wechselt Großmeister Saturn in die Fische und verlässt damit euer Partnerhaus. Das werdet ihr sicherlich als Erleichterung empfinden. Festgefahrene Situationen in euren Partnerschaften und Krisen mit euren Herzensmenschen lösen sich jetzt und ihr fühlt euch als würde endlich ein großes Gewicht von euren Schultern genommen. Wie es nun weitergeht mit Saturn für euch, dazu erfahrt ihr mehr in meinem großen Saturn-Special ab dem 6. März. Eine großartige Phase für berufliche Weiterbildung ist die Zeit zwischen dem 20. März und dem 6. April. Falls ihr so ein Thema in der Arbeit anfragen möchtet, ist das der ideale Zeitpunkt. Auch Inhouse-Schulungen oder Aushänge von der Personalabteilung könnten für euch sehr interessant werden. Achtet mal drauf! Liebesgöttin Venus wechselt am 16. März in euer Karrierehaus und es wird schwieriger, Privates und Berufliches voneinander zu trennen. Bis zum 23. solltet ihr gut aufpassen, wenn sich in eurem beruflichen Alltag ein Flirt oder eine Affäre ergeben sollte. Es könnte sein, dass sowas in dieser Woche ans Licht kommt. Seid vorsichtig, wenn ihr mit Leuten aus eurem Karrierebereich eine Liebelei beginnt und auch, wem ihr eure Geheimnisse anvertraut. Venus verbindet sich dann aber auch mit Ideenbringer Uranus. Wenn ihr eine beruflich schwierige Phase hattet, dann könnte jetzt die zündende Idee kommen, wie ihr eine vertragte Situation lösen könnt. Und das sollte sich auch finanziell lohnen. Am 20. März um genau 22.24 Uhr ist Frühlingsanfang. Dann geht die Sonne in den Widder, gefolgt vom Neumond im Widder am 21. März. Für euch beginnt nun eine anregende, aktive Phase, die eure Reiselust weckt. Ebenso auch euer Bedürfnis, Neues zu lernen. In der Neumond-Meditation könntet ihr euch mit der Frage beschäftigen, wie eure Seele sich am besten entwickeln kann und welche Form von Beziehungen ihr pflegen wollt. Themen, die sich hier zeigen, können gegebenenfalls auch bei dem Neumond am 20. April wieder auftauchen, denn wir haben dieses Jahr zwei Neumonde im Pionierzeichen Widder. Zwei Tage nach dem Neumond, am 23. März, wechselt Pluto in den Wassermann. Und das bringt für alle Löwe-betonten Menschen eine neue Zeitqualität. Pluto macht einen ersten Schritt in euer Partnerhaus und bringt ab 2024 seine transformative und mächtige Energie in eure Partnerschaften und Seelenbeziehungen. Die kommenden drei Monate sind ein Vorgeschmack auf diese Energie. Achtet also mal drauf, wer in dieser Phase euren Weg kreuzt und was für Themen sich so ergeben. Auch zu Pluto im Wassermann wird es noch ein Special geben, in dem ihr mehr über diesen wichtigen Transit erfahrt. Am 25. März wechselt Kampfplanet Mars nach seinem langen Transit in den Zwillingen in den Krebs und verbündet sich als erstes mit Saturn in einem harmonischen Aspekt. Beide können dann eine mächtige Anschubkraft für euch in spirituellen Themen entwickeln. Konflikte oder schwierige Phasen in eurem sozialen Umwelt entspannen sich nun und ihr werdet die Marsenergie nutzen können, um mehr Energie in euren spirituellen Bereich zu lenken. Das waren eure Tendenzen im März. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr zauberhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Ascendenten. Meisterschaftsplanet Saturn wechselt am 7. März in euer Partnerhaus, in die Fische. Und dieser super wichtige Transit wird euch die nächsten zwei bis drei Jahre im Bereich eurer Beziehungen und Seelenverwandtschaften prüfen und festigen. Und zu diesem Thema habe ich auch noch einen wichtigen Tipp für euch. Es lohnt sich herauszufinden, wie der mächtige Player Saturn in eurem individuellen Horoskop seine Kraft entfaltet. Anlässlich des neuen großen Saturn-Transits präsentiere ich euch das schriftliche Saturn-Horoskop Wege zur Meisterschaft. Er stellt für euch persönlich auf der Basis eurer Geburtsdaten. Erfahrt darin auf 20 bis 30 Seiten, welche Saturn-Lektionen in den kommenden beiden Jahren für euch anstehen und wie ihr damit am besten umgehen könnt. Inklusive vieler wertvoller Tipps zum Thema Saturn-Probleme heilen. Ihr bekommt das Saturn-Horoskop jetzt mit 30% Einführungsrabatt und die Aktion gilt bis zum 20. April mit dem Gutscheincode Saturn23. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung bzw. im Podcast in den Shownotes. Der März beginnt für euch mit viel Energie in eurem Partnerhaus und ihr habt wahrscheinlich viele Verabredungen und verbringt Zeit mit euren Herzensmenschen. Ihr könnt Kraft und Stabilität aus Gesprächen mit den Menschen ziehen, die euch wichtig sind und so viel innere Ruhe aus eurem Umfeld gewinnen. Außerdem haben wir noch bis Mitte März eine bedeutende Heilungskonstellation im Bereich eurer Verbindlichkeiten und festen Partnerschaften. Wenn ihr euch länger nicht über eure gemeinsamen Werte einigen konntet oder es Konflikte im Umgang mit Geld gab, kann diese Konstellation eine Versöhnung oder sogar Heilung anstoßen. Vielleicht beschließt ihr nun, eine Paartherapie zu beginnen und da rein zu investieren. Der Vollmond am 7. März in eurem Zeichen ist der wichtigste Vollmond des ganzen Jahres für euch. Besonders machtvoll wird das Ganze, weil am gleichen Tag Saturn in die Fische wechselt. Er wird in den nächsten zwei bis drei Jahren eure Partnerschaften unter die Lupe nehmen und herausfinden, wer wirklich zu euch gehört. Wenn Verbindungen keine Zukunft haben, weil euer gemeinsamer Weg zu Ende ist, könnt ihr das nun erkennen und die Konsequenzen daraus ziehen. Beziehungen, die stabil sind, werden ein neues Level an Tiefe und Verbindlichkeit erreichen. Liebesgöttin Venus wechselt am 16. März in den sinnlichen Stier und daraus ergibt sich eine tolle Phase für euer Liebesleben. Wenn ihr Single und auf der Suche seid, dann haltet die Augen offen. Egal ob im Urlaub oder auf Geschäftsreise, Flirts ergeben sich nun überall. Und da kann sogar der Seelenpartner dabei sein. Für festliierte Jungfrauen ist es eine tolle Zeit, um gemeinsam zu verreisen oder etwas Neues zu lernen. Zusammen den Horizont zu erweitern, kann eure Beziehung festigen und vertiefen. Besonders empfehlenswert wäre es, etwas zu unternehmen, was eine total neue Erfahrung für euch beide ist. Am 20. März um genau 22.24 Uhr ist Frühlingsanfang, dann geht die Sonne in den Widder, gefolgt vom Neumond im Widder am 21. März. Die Energie wird aktiver und ihr werdet diesen Energiewechsel intensiv spüren, weil auch dieser Neumond den Wechsel von Pluto im Wassermann vorbereitet. Ihr solltet euch unbedingt die Zeit für eine Neumond-Meditation nehmen, um euren inneren Kompass neu auszurichten. Auch darüber hinaus wäre der Rat der Sterne, in dieser Zeit der Übergänge und der Wechsel regelmäßig zu meditieren. Das hilft euch, in eurer inneren Mitte zu bleiben und auch die körperlichen Auswirkungen der Energieveränderungen umzusetzen. Der Neumond aktiviert den Bereich von Tiefe und Transformation in eurem Horoskop. Und Themen, die sich hier zeigen, könnten nochmal am 20. April aufkommen, denn wir haben hier einen zweiten Neumond im feurigen Widder. Am 23. März beginnt der neue große Transit von Pluto im Wassermann. Für die kommenden drei Monate richtet der Machtplanet erstmals seit 246 Jahren seine Energie auf dieses Zeichen. Allerdings bleibt er dort erstmal nur knapp drei Monate. Achtet mal darauf, wie sich die Zeitqualität für euch anfühlt. Dieser super wichtige Transit wird den Bereich eures Alltags und Berufs in den nächsten Jahren grundlegend verändern. Und die Energie, die sich hier in den nächsten drei Monaten zeigt, ist ein Vorgeschmack auf die Welt, die uns ab 2024 erwartet. Nach über sieben Monaten in den Zwillingen wechselt dann auch Kampfplaneten Mars am 25. März in den sanften Krebs und bildet endlich keine stressigen Aspekte mehr zu eurer Sonne. Vor allem im Berufsleben nimmt der Druck danach ab und viele Anspannungen lösen sich. Saturn verbündet sich von den Fischen aus mit Mars und wird diese Energie konstruktiv in das Haus eurer Freundschaften und sozialen Netzwerke lenken. Ein Ausflug in die erblühende Natur mit einem guten Freund ist manchmal die beste Medizin, die es geben kann, gerade in Zeiten von großen Umbrüchen. Das waren eure Tendenzen im März. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wunderbaren Vagegeborenen und Vage-Ascendenten. Genießt euer soziales Highlight bis Mitte des Monats. Es gibt sogar eine besondere Heilungskonstellation in der Liebe. Außerdem steht ein neuer wichtiger Saturn-Transit an und dazu habe ich als erstes einen wichtigen Tipp für euch. Es lohnt sich herauszufinden, wie der mächtige Player Saturn in eurem individuellen Horoskop seine Kraft entfaltet. Anlässlich des neuen großen Saturn-Transits präsentiere ich euch das schriftliche Saturn-Horoskop Wege zur Meisterschaft. Er stellt für euch persönlich auf der Basis eurer Geburtsdaten. Erfahrt darin auf 20 bis 30 Seiten, welche Saturn-Lektionen in den kommenden beiden Jahren für euch anstehen und wie ihr damit am besten umgehen könnt. Inklusive vieler wertvoller Tipps zum Thema Saturn-Probleme heilen. Ihr bekommt das Saturn-Horoskop jetzt mit 30 Prozent Einführungsrabatt und die Aktion gilt bis zum 20. April mit dem Gutscheincode Saturn23. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung bzw. im Podcast in den Shownotes. Ihr segelt mit viel kosmischem Rückenwind in den März, freut euch auf Einladungen und gesellige Gelegenheiten. Auch Reisen oder eure persönliche Sinnsuche stehen unter guten Sternen und das kann euch auch neue Kontakte bescheren. Eine besondere Zeit ist vom 1. bis zum 12. März. Dann können Liebeserlebnisse tief unter die Haut gehen, verbunden mit einer Chance auf Heilung und Erkenntnis. Oder beidem. So wäre der März ein idealer Monat für eine Partnerschaftstherapie. Ihr könnt verstehen, was der Sinn einer Beziehung ist oder welche toxischen Beziehungsmuster euch möglicherweise im Weg stehen und wie ihr sie heilen könnt. Dabei kann euch auch die Vollmondkonstellation am 7. März in den Zeichen Jungfrau und Fische unterstützen, denn sie aktiviert die Heilerachse in eurem Horoskop. Am selben Tag wechselt Saturn für die nächsten zweieinhalb Jahre in die Fische. Wahrscheinlich müsst ihr nun mittelfristig Änderungen und Anpassungen im Beruf vornehmen und euch verstärkt um eure Gesundheit kümmern. Aber verliert nicht den Glauben an das, was euch wichtig ist. Jede Änderung, die ihr vornehmt, kann sich auf Dauer positiv entwickeln. Mehr dazu, wie sich dieser wichtige Transit für euch auswirkt, erfahrt ihr in meinem Special über Saturn in den Fischen ab dem 6. März. Beruflich dürft ihr in den ersten beiden Märzwochen dank eines kräftigen Anschubs von Mars gut vorankommen. Etwas heikel ist nur die Phase vom 12. bis zum 18. März. Da müsst ihr darauf achten, mit Kolleginnen und Kollegen in guter Abstimmung zu bleiben, sonst drohen Missverständnisse oder vielleicht sogar Intrigen. Am 16. März geht Liebesgöttin Venus in den Stier und dann beginnen drei schöne Wochen für die fest liierten Waagegeborenen mit der Gelegenheit, gemeinsam prickelnde neue Dinge auszuprobieren. Auch eine gewagte Anschaffung, von der ihr schon lange geträumt habt, könntet ihr dann realisieren. Vielleicht etwas, was ihr gar nicht braucht, was euch aber ein gutes Gefühl gibt. Einige von euch sind vielleicht auch sehr experimentierfreudig und möchten sowas wie Freundschaft Plus ausprobieren oder gemeinsam mit dem Herz allerliebsten noch eine dritte Person zum Kuscheln und Schmusen einladen. Dann aber bitte nur, wenn alle einverstanden sind und auch wirklich Lust dazu haben. Vom Fremdflirten würde ich in dieser Zeit abraten, denn es liegt auch eine gewisse Eifersucht in der Luft und das muss man ja nicht provozieren. Die Frühlingsgefühle halten auch für die Singlewagen weiter an. Am 20. März um genau 22.24 Uhr ist dieses Jahr Frühlingsanfang. Dann geht die Sonne in den Widder und aktiviert für vier Wochen euer Partnerhaus. Ebenso auch der Neumond am nächsten Tag im Widder und im April gibt es sogar noch einen zweiten Neumond im Widder, der ebenfalls euer Partnerhaus aktiviert. Das heißt, die Beziehungsthemen sind für die kommenden acht Wochen in eurem Horoskop die Nummer eins. Was wünscht ihr euch in der Liebe für eure Partnerschaft oder auch für eine neue Beziehung und überhaupt für euer soziales Leben? All diese Themen könnt ihr mit Neumondenergie stärken. Ihr könnt aber auch eine Meditation zum Thema Pluto im Wassermann abhalten, denn Pluto macht am 23. März für drei Monate einen ersten Schritt in den Wassermann. Mit seinem finalen Wechsel 2024 werden Plutos Kräfte von Macht, Einfluss und Transformation langfristig den kreativen Bereich eures Horoskops mit Energie aufladen. Das kann euch dann wieder Auftrieb geben, wenn ihr an künstlerischen oder auch Herzensprojekten arbeitet. Spürt doch zu Neumond da mal rein. Beruflich beginnt mit dem 25. März noch eine intensive Phase von acht Wochen. Dann geht nämlich der Mars in euer Karrierehaus und pusht euch bis Ende des Monats nach vorn. Im April werdet ihr wahrscheinlich zunehmend den stressigen Aspekt von Mars spüren, aber mehr dazu erfahrt ihr dann in euren April-Horoskopen. Das waren eure Tendenzen im März. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Ascendenten. Der März wird ein spannender Monat für euch, denn nun beginnt eine Zeit von über zwei Jahren, in der der mächtige Saturn auf eurer Seite ist. Und zu dem Thema habe ich auch gleich einen wichtigen Tipp für euch. Es lohnt sich, herauszufinden, wie der mächtige Player Saturn in eurem individuellen Horoskop seine Kraft entfaltet. Anlässlich des neuen großen Saturn-Transits präsentiere ich euch das schriftliche Saturn-Horoskop Wege zur Meisterschaft. Er stellt für euch persönlich auf der Basis eurer Geburtsdaten. Erfahrt darin auf 20 bis 30 Seiten, welche Saturn-Lektionen in den kommenden beiden Jahren für euch anstehen und wie ihr damit am besten umgehen könnt. Inklusive vieler wertvoller Tipps zum Thema Saturn-Probleme heilen. Ihr bekommt das Saturn-Horoskop jetzt mit 30 Prozent Einführungsrabatt und die Aktion gilt bis zum 20. April mit dem Gutscheincode SATURN23. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung bzw. im Podcast in den Shownotes. Ihr startet mit einem beruflichen Highlight in den März, denn ihr seid in gutem Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen. Die gegenseitige Unterstützung funktioniert und das erleichtert euch den Arbeitsalltag. Falls ihr einen neuen Job sucht, könntet ihr in der ersten Monatshälfte fündig werden. Dafür müsst ihr gegebenenfalls eine Unannehmlichkeit in Kauf nehmen, aber wenn es euch die neue Position wert ist, sollte das kein Problem sein. Ihr wisst ja, Schwierigkeiten zu überwinden kann euch geradezu motivieren und in Hochstimmung versetzen. Der Vollmond am 7. März in den Zeichen Jungfrau und Fische steht sehr günstig für euch, sowohl für die Liebe als auch für persönliche Herzensprojekte und eure sozialen Interessen. Und an diesem Tag geht auch Großmeister Saturn in die Fische und ist dann für über zwei Jahre euer Freund. Er unterstützt euch dabei, persönliche Projekte und lang gehegte Wünsche zu manifestieren. Möglicherweise erhaltet ihr auch eine Position mit größerer Verantwortung. Mehr dazu, wie dieser wichtige Transit für euch wirkt, erfahrt ihr in meinem Video-Special zu Saturn in den Fischen ab dem 6. März. Und ihr könnt zu Vollmond schon mal in diese neue Energie hineinspüren. In der Liebe kann die Zeit vom 11. bis zum 19. März kritisch für eure festen Beziehungen sein. Vielleicht wollt ihr einem persönlichen Vergnügen oder einer sportlichen Leidenschaft nachgehen, aber euer Schatz wünscht sich etwas anderes von euch, auf das er vielleicht schon lange wartet. Deshalb denkt nach. Hattet ihr was Wichtiges zugesagt? Dann solltet ihr auch dazu stehen. Davon abgesehen schenkt euch aber die Venus ab dem 16. März für drei Wochen ein schönes Highlight in der Liebe und für eure geselligen Aktivitäten. Nette Menschen suchen den Kontakt zu euch und nicht nur das, es kann sogar ein Seelenpartner in euer Leben treten. Zum Monatsende hin kann das auch eine ziemliche Überraschung sein. Vielleicht sieht die Person ganz anders aus, als ihr erwartet hättet, aber ihr spürt die Resonanz in eurem Herzen. Falls sich ein Flirt im beruflichen Zusammenhang ergibt, solltet ihr erstmal vorsichtig sein, denn da könnte Zündstoff drin stecken. Für eure Gesundheit haben wir Anfang des Monats eine besondere Heilungskonstellation. In der ersten Woche kann sich für euch eine wichtige Wende ergeben. Vielleicht findet ihr die Ärztin oder den Heiler, die ihr schon lange gesucht hattet. Und dieses Thema wird dann zum Frühlingsanfang wieder aktuell. Der ist am 20. März um 22.24 Uhr. Dann geht die Sonne in den Widder und aktiviert für vier Wochen euer Gesundheitshaus. Anschließend folgen zwei Neumonde im Widder, die dieses Thema wieder aufgreifen. Der erste ist am 21. März und falls ihr ein Gesundheitsanliegen habt oder auch ein Thema rund um Verbesserungen in eurem Berufsalltag, dann könnt ihr das in eure Neumond-Meditation einfließen lassen. Und gegebenenfalls dann auch nochmal bei dem Neumond am 20. April. Am 23. März beginnt der neue große Transit von Pluto durch den Wassermann. Allerdings bleibt er dort erstmal nur knapp drei Monate. Doch wer von euch am ersten Tag des Skorpions Geburtstag hat, spürt es vielleicht schon. Langfristig wird Pluto Schattenthemen ans Licht bringen, die mit euren Wurzeln, der Herkunft, eurer Familie oder der Wohnsituation zu tun haben. Das schauen wir uns aber auch in einem Videospecial noch genauer an. Zunächst spürt ihr sicher die positive Kraft des neuen Saturn-Transits. Der verbündet sich noch im März mit Mars, der am 25. März in den Krebs wechselt und das bringt mächtig kosmischen Rückenwind. Vor allem, wenn ihr im Oktober Geburtstag habt, könnt ihr die Zeit bis Mitte April gleich nutzen, um erste Projekte anzuschieben und die neuen starken Manifestationskräfte auszuprobieren. Da kann euch auf Anhieb einiges gelingen, was auch langfristig funktioniert. Das waren eure Tendenzen im März. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wundervollen Schützegeborenen und Schütze-Ascendenten. Meisterplanet Saturn wechselt am 7. März in den Bereich eurer Familie und eurer Herkunft und ihr werdet diesen Energiewechsel deutlich spüren. Und dazu habe ich hier auch noch einen wichtigen Tipp für euch. Es lohnt sich herauszufinden, wie der mächtige Player Saturn in eurem individuellen Horoskop seine Kraft entfaltet. Anlässlich des neuen großen Saturn-Transits präsentiere ich euch das schriftliche Saturn-Horoskop Wege zur Meisterschaft. Er stellt für euch persönlich auf der Basis eurer Geburtsdaten. Erfahrt darin auf 20 bis 30 Seiten, welche Saturn-Lektionen in den kommenden beiden Jahren für euch anstehen und wie ihr damit am besten umgehen könnt. Inklusive vieler wertvoller Tipps zum Thema Saturn-Probleme heilen. Ihr bekommt das Saturn-Horoskop jetzt mit 30 Prozent Einführungsrabatt und die Aktion gilt bis zum 20. April mit dem Gutscheincode Saturn23. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung bzw. im Podcast in den Shownotes. Der März beginnt mit einer superschönen Liebesphase für euch. Eure Liebeslust ist geweckt, ihr seid in Flirtlaune und für alle Singles ist das eine tolle Phase, um bei einer kreativen Betätigung jemanden kennenzulernen. Alles, was euch Spaß macht, tut euch nicht nur gut, sondern kann sogar richtig heilsam sein. Und auch für alle Liierten ist es eine super Zeit, um mit dem oder der Liebsten etwas Kreatives zu unternehmen, was euch beiden Freude bereitet. Vielleicht spürt ihr aber auch schon, dass euer Fokus sich nun langsam auf die Themen Heimat und Zuhause richtet. Denn in diesem Lebensbereich spielt sich in den nächsten zwei bis drei Jahren der neue große Transit von Prüfplanet Saturn ab. Euer inneres Streben nach Freiheit und Expansion könnte während dieses Lebensabschnittes durch viele Verpflichtungen eingeschränkt werden und das werdet ihr wahrscheinlich als anstrengend empfinden. Aber das Ganze hat natürlich einen Sinn. Es geht darum, dass ihr lernt bzw. weiter übt, Verantwortung zu übernehmen und verlässlich zu sein. Mehr dazu, wie Saturn auf euch wirkt, erfahrt ihr in meinem großen Special zu Saturn in den Fischen ab dem 6. März. Der Vollmond am 7. März im Zeichen Jungfrau beleuchtet dieses Thema und das ist auch genau der Tag, an dem der große Saturn-Transit beginnt. Da entsteht eine ganz neue Dynamik und ihr stellt vielleicht vieles im Leben in Frage, privat oder beruflich. In der Zeit zwischen Vollmond und dem nächsten Neumond könnte sich das auch körperlich manifestieren, zum Beispiel durch Rückenverspannungen oder Infekte, denn euer Immunsystem hat jetzt ganz schön zu kämpfen. Ihr könnt den Vollmond nutzen, um schon mal hineinzuspüren, welche Themen sich euch da zeigen. Am 16. März wandert Liebesgöttin Venus ins Zeichen Stier und ihr habt dann eine angenehme und sogar recht aufregende Phase im Job. Da ist sogar ein Flirt drin und den dürft ihr ernst nehmen, denn das kann tatsächlich ein Seelenpartner sein. Der kollegiale Austausch kann euch auch beruflich sehr inspirieren. Am 20. März um genau 22 Uhr. 24 ist Frühlingsanfang und dann geht die Sonne in den Widder, gefolgt vom Neumond im Widder am 21. März. Für die kommenden vier Wochen unterstützt euch nun die Widderenergie mit viel Kraft und lädt eure Akkus wieder auf. Der Winter ist offiziell vorbei und die Lebenskraft kehrt zurück. Das spürt ihr und ihr wollt jetzt endlich wieder ab nach draußen. Wenn ihr euch fit dafür fühlt, dann treibt Sport oder werdet kreativ. Den Neumond könnt ihr nutzen, um über Herzensprojekte nachzudenken oder um mit einem neuen Sportprogramm zu beginnen. Und weil jetzt zwei Neumonde im Widder aufeinander folgen, können sich Themen, die jetzt gerade aufkommen, gegebenenfalls auch nochmal bei dem Neumond am 20. April zeigen. Dieser Neumond jetzt im März begleitet einen weiteren wichtigen astrologischen Wechsel. Am 23. März beginnt nämlich der neue große Transit von Pluto durch den Wassermann. Der bleibt dort aber erstmal nur knapp drei Monate und wird dann 2024 final wechseln. Aber es ist eine gute Idee zu prüfen, wie sich jetzt diese Zeit bis Juni für euch anfühlt, denn das ist eine Vorschau für die wichtigen Veränderungen, die sich dann ab 2024 einstellen. Pluto wird in den Bereich eurer Kommunikation und des Lernens wechseln. Und es kann sein, dass ihr hier völlig neue Wege der Verständigung und aufregende neue Technologien kennenlernen dürft. Kampfplanet Mars verlässt am 25. März euer Partnerhaus und das kann sich sehr positiv auf eure Partnerschaften auswirken, sowohl auf eure Liebesbeziehung als auch auf alle anderen Arten von Menschen, die euch sehr am Herzen liegen. Weil Saturn sich von den Fischen aus dann direkt mit Mars im Krebs verbindet, kann es sein, dass Themen wie Erbschaften oder Verbindlichkeiten innerhalb eurer Familien aufkommen und euch direkt in Beschlag nehmen. Heiler Chiron bildet aber gleichzeitig mit Optimist Jupiter und Denker Merkur unterstützende Aspekte vom Widder aus. Die werden euch dabei helfen, mit den neuen Gegebenheiten umzugehen. Das waren eure Tendenzen im März. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten. Für euch ist der neue Transit von Saturn durch die Fische eine gute Nachricht, denn euer Herrscher steht dann im Freundschaftsaspekt zu euch und drückt nicht mehr aufs Geldhaus. Das schauen wir uns gleich genauer an. Vorher habe ich zu diesem wichtigen Thema noch einen Tipp. Es lohnt sich herauszufinden, wie der mächtige Player Saturn in eurem individuellen Horoskop seine Kraft entfaltet. Anlässlich des neuen großen Saturn-Transits präsentiere ich euch das schriftliche Saturn-Horoskop Wege zur Meisterschaft. Er stellt für euch persönlich auf der Basis eurer Geburtsdaten. Erfahrt darin auf 20 bis 30 Seiten, welche Saturn-Lektionen in den kommenden beiden Jahren für euch anstehen und wie ihr damit am besten umgehen könnt. Inklusive vieler wertvoller Tipps zum Thema Saturn-Probleme heilen. Ihr bekommt das Saturn-Horoskop jetzt mit 30 Prozent Einführungsrabatt und die Aktion gilt bis zum 20. April mit dem Gutscheincode Saturn23. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung bzw. im Podcast in den Shownotes. Zu Beginn des Monats könnte euch eine Familienangelegenheit beschäftigen. Dabei kann es um die Heilung eines Konflikts gehen. Hier ist eure liebevolle Aufmerksamkeit gefordert und das lohnt sich, denn ihr könnt gemeinsam erkennen, wie ihr das Problem lösen könnt. Diese besondere Energie hält etwa an bis Mitte des Monats, nehmt euch deswegen gegebenenfalls Zeit dafür. Günstig in diesem Prozess ist die Vollmond-Konstellation am 7. März auf der Achse Jungfrau Fische. Sie fördert das empathische Verständnis für die Beteiligten. Auch der Kontakt zu euren Geschwistern ist rund um den Vollmond besonders gut und ihr haltet zusammen. An diesem Tag beginnt auch der neue Transit von Großmeister Saturn durch die Fische und das ist für die nächsten beiden Jahre sehr vorteilhaft für euch. Ihr bekommt die Möglichkeit, langfristige Projekte zu vollenden und werdet Erfolgserlebnisse haben. Außerdem dürfte der finanzielle Druck spürbar nachlassen und das Geld fließt wieder. Mehr darüber, wie dieser wichtige Transit für euch wirkt, erfahrt ihr in meinem Video-Special zu Saturn in den Fischen ab dem 6. März. Gesundheitlich folgt auf den Vollmond eine etwas kritische Phase vom 8. bis zum 17. März. Ihr könntet Probleme mit kleineren Verletzungen bekommen oder aufgrund einer erhöhten Infektanfälligkeit. Da müsst ihr ein bisschen auf euch Acht geben. Im Job kann es in der Zeit vom 10. bis 23. März zu Unstimmigkeiten oder Missverständnissen mit Kollegen oder Kolleginnen kommen. Solche Situationen könnt ihr übrigens mit liebevollen Familienmitgliedern diskutieren. Die können euch da Hilfe und Anregung geben. Ausgleich schafft die Venus, die am 16. März in den Stier läuft und dann mega schön für euch steht. Bis zum 11. April solltet ihr euch dann Zeit für Vergnügen, Lebensfreude, Erotik und Kreativität nehmen. Für die Singles kann es eine tolle Phase zum Anbandeln werden, vor allem, wenn ihr einem geselligen Hobby nachgeht. Zum Beispiel, falls ihr einen Hund habt, dann könnt ihr darüber ins Gespräch kommen. Ihr könnt euch dann wirklich ernsthaft verlieben und sogar einen Seelenpartner treffen, besonders in der zweiten Monatshälfte. Zwischen dem 29. und 31. März winken erfreuliche Finanzüberraschungen. Da könnt ihr es ja mal mit dem Lottoglück versuchen. Vorher haben wir aber noch den super wichtigen Frühlingsanfang. Der fällt dieses Jahr auf den 20. März abends um 22.24 Uhr, gefolgt vom Neumond im Widder am 21. März. Dadurch hat diese Neumondenergie eine besondere Erneuerungskraft und zwar bei euch im Bereich der Familie und Herkunft. Und vier Wochen darauf gibt es nochmal einen zweiten Neumond im Widder. Deswegen denkt doch in der Meditation darüber nach, was sich hier erneuern darf. Vielleicht eine Renovierung oder ein Umzug oder sogar Familienzuwachs. Vieles ist dann möglich in eurem Leben. Direkt nach dem Neumond beginnt Pluto am 23. März seinen Übergang in den Wassermann. Erstmal nur für knapp drei Monate. Danach kehrt er nochmal zurück zu euch in den Steinbock und die Geburtstagskinder der letzten beiden Steinbocktage haben immer noch mit den Anstrengungen und Transformationsprozessen durch Pluto zu tun. Aber insgesamt habt ihr es fast geschafft. Pluto richtet seine Kräfte schon Richtung Wassermann aus. Allerdings wird er dann langfristig durch euer kosmisches Geldhaus laufen. Das kann großen Reichtum anzeigen, aber auch große Schulden. Dazu wird es aber nochmal ein eigenes Video-Special geben. Wichtig ist für euch aktuell noch der neue Mars-Transit. Der Kampfplanet geht nämlich am 25. März für acht Wochen in den Krebs und aktiviert damit euer Partnerhaus. Das kann etwas stressig für euch werden, denn private und geschäftliche Partner fühlen sich dann schnell persönlich angegriffen und ihr müsst viel Verständnis aufbringen. Aber erstmal bildet der Mars harmonische Aspekte. Kritischer wird es dann im April und das schauen wir uns dann im nächsten Video an. Das waren eure Tendenzen im März. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo ihr wunderbaren Wassermann-Geborenen und Wassermann-Aszendenten. Die ersten von euch werden schon den Wind des Wandels bemerken, wenn Pluto seinen ersten Schritt in den Wassermann macht. Und ihr könnt aufatmen, wenn Saturn euer Zeichen verlässt und weiter in die Fische zieht. Und dazu habe ich hier noch einen wichtigen Tipp für euch. Es lohnt sich herauszufinden, wie der mächtige Player Saturn in eurem individuellen Horoskop seine Kraft entfaltet. Anlässlich des neuen großen Saturn-Transits präsentiere ich euch das schriftliche Saturn-Horoskop Wege zur Meisterschaft. Er stellt für euch persönlich auf der Basis eurer Geburtsdaten. Erfahrt darin auf 20 bis 30 Seiten, welche Saturn-Lektionen in den kommenden beiden Jahren für euch anstehen und wie ihr damit am besten umgehen könnt. Inklusive vieler wertvoller Tipps zum Thema Saturn-Probleme heilen. Ihr bekommt das Saturn-Horoskop jetzt mit 30 Prozent Einführungsrabatt und die Aktion gilt bis zum 20. April mit dem Gutscheincode Saturn23. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung bzw. im Podcast in den Shownotes. Der Monat beginnt für euch mit einem sozialen Highlight bis zum 16. März. Vielleicht habt ihr auch schon bemerkt, dass ihr gerade häufig im Mittelpunkt steht und alle euch gebannt zuhören, denn ihr seid geistreich und witzig und habt gleichzeitig auch tiefschürfende Ideen. Ihr könnt auch heilsame Gespräche führen oder leiten, falls ihr therapeutisch arbeitet. Und wenn ihr etwas auf dem Herzen habt, dann sprecht es am besten bis Mitte des Monats an. Das ist eine besondere Gelegenheit, vertrauensvoll einen schmerzlichen Punkt im Leben anzuschauen, zu akzeptieren und zu integrieren. Solltet ihr als Aktivistinnen tätig sein, könnt ihr jetzt eure Follower mit Herzblutgeschichten in euren Bann schlagen. In diese Zeit fällt auch der Vollmond am 7. März, der bei euch die Werteachse aktiviert. Und das ist auch der Tag, an dem der große Player Saturn aus eurem Zeichen Wassermann in die Fische weiterzieht. Wahrscheinlich macht sich dann ein Gefühl der Erleichterung breit. Ihr werdet auf jeden Fall merken, wie der Frühling eure Lebensgeister weckt. Allerdings wird Saturn für die nächsten beiden Jahre durch euer kosmisches Geldhaus laufen. Und was das für euch bedeutet, das und mehr erfahrt ihr in meinem Video-Special zu Saturn in den Fischen ab dem 6. März. Vielleicht zeigt sich das Saturn-Thema ja gleich zu Vollmond, dann könnt ihr die Energie nutzen, um darüber nachzudenken und euch auf das Wertethema einzuschwingen. Familienangelegenheiten und eure Wohnsituation können im März ebenfalls eure Aufmerksamkeit fordern. Hier steht ja langfristig Uranus, deswegen kommen viele von euch im Privatleben einfach nicht zur Ruhe. Vom 16. März bis zum 11. April besucht euch hier die Venus und es könnte einige durchaus positive Aufregungen bringen. Vielleicht bekommt ihr sogar Familiennachwuchs. Oder der Nachwuchs ist schon da und sorgt auf positive Weise für Wirbel, etwa in dem ein Kindergeburtstag auszurichten ist. Vermutlich ist ordentlich Leben in der Bude. Die Singles unter euch können jemand Tolles kennenlernen, der ihnen vielleicht durch ein Familienmitglied vorgestellt wird. Ebenfalls viel los ist für alle, die mit Kommunikation, Text und Sprache arbeiten und viel mit Leuten zu tun haben. Oder auch als Coaches oder TherapeutInnen tätig sind. In diesem mentalen Bereich eures Horoskop hatten wir zu Beginn des Monats die besondere Heilungskonstellation und derselbe Bereich wird dann am 20. März erneut stark aktiviert. Und zwar für die kommenden Wochen. Dann haben wir nämlich Frühlingsanfang um genau 22.24 Uhr, wenn die Sonne in den Widder geht. Direkt danach folgt der Neumond im Widder am 21. März. Dieser Neumond ist für euch super wichtig, denn er begleitet den Übergang Plutus in den Wassermann am 23. März. Für die kommenden drei Monate richtet der Machtplanet erstmals seit 246 Jahren seine Energie wieder auf euer Zeichen aus. Und ihr könnt dann den Neumond nutzen, um da schon mal hineinzuspüren. Bei den am 19. und 20. Januar Geborenen kündigt sich vielleicht schon ein größerer Wandel im Leben an. Der kann euch mehr Macht und Einfluss bringen, aber vielleicht müsst ihr ja auch für euch einstehen und kämpfen. Oder ihr merkt, dass sich in eurem Privatleben etwas transformieren darf. Und das kann sich auch körperlich zeigen. Ihr müsst noch nichts überstürzen. Der endgültige Übergang von Pluto in den Wassermann kommt erst Ende 2024. Aber ihr könnt schon mal darüber nachdenken, was euch im Leben wirklich wichtig ist. Denn mit den Kräften Plutos kommt man am besten klar, wenn man integer ist und zu dem stehen kann, was man tut. Wir haben übrigens im April noch einen zweiten Neumond im Widder. Auch der kann euch Eingebungen und Erkenntnisse darüber bescheren, wo ihr im Leben eine Neuausrichtung beziehungsweise einen tiefen Wandel erfahren werdet. Dazu werde ich aber auch noch ein ausführliches Videospecial machen. Das waren eure Tendenzen im März. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr zauberhaften Fischegeborenen und Fische-Ascendenten. Ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im März Geburtstag habt. Zu eurem neuen Lebensjahr beginnt der große Transit von Saturn in eurem Zeichen. Und das wird eine prägende Zeit in eurem Leben werden. Und genau dazu habe ich hier noch einen wichtigen Tipp. Etwas, was ihr euch auch zum Geburtstag wünschen könnt. Es lohnt sich, herauszufinden, wie der mächtige Player Saturn in eurem individuellen Horoskop seine Kraft entfaltet. Anlässlich des neuen großen Saturn-Transits präsentiere ich euch das schriftliche Saturn-Horoskop Wege zur Meisterschaft. Er stellt für euch persönlich auf der Basis eurer Geburtsdaten. Erfahrt darin auf 20 bis 30 Seiten, welche Saturn-Lektionen in den kommenden beiden Jahren für euch anstehen und wie ihr damit am besten umgehen könnt. Inklusive vieler wertvoller Tipps zum Thema Saturn-Probleme heilen. Ihr bekommt das Saturn-Horoskop jetzt mit 30 Prozent Einführungsrabatt und die Aktion gilt bis zum 20. April mit dem Gutscheincode Saturn23. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung bzw. im Podcast in den Shownotes. Seid ihr bereit, Meisterinnen und Meister eures Lebens zu werden? Prüfungsplanet Saturn wechselt am 7. März in euer Zeichen und das wird für die nächsten zwei bis drei Jahre ein bedeutender Lebensabschnitt sein. Macht euch bereit für einen Erfolgsmarathon. Ihr könnt mit Disziplin und Verantwortung Großes vollbringen. Ihr werdet lernen, euch auf das Wichtigste in eurem Leben zu konzentrieren und dadurch gereifter, innerlich gewachsen und erfolgreich aus dieser Lebensphase hervorgehen. Mehr dazu, wie Saturn auf euch wirkt, erfahrt ihr in meinem ausführlichen Video-Special über Saturn in den Fischen ab dem 6. März. Der Vollmond am 7. März in eurem Partnerhaus, in der Jungfrau, läutet den neuen Saturn-Transit ein. Und ihr werdet den Wechsel dieser Energie wahrscheinlich auch intensiv spüren. Das kann sich auch durch Diskussionen oder sogar durch Konflikte mit euren Liebsten äußern. Und dann solltet ihr auch nicht um des lieben Friedenswillen nachgeben, wenn ihr das überhaupt nicht wollt. Ihr könnt zu Vollmond schon mal hineinspüren, was es für euch bedeutet, gemeinsam Lösungen zu finden und euch doch selbst treu zu bleiben. Liebesgöttin Venus wechselt am 16. März in den sinnlichen Stier und bringt euch eine kuschelige Phase bis zum 11. April, die auch eure Fantasie anregt. Ihr findet dann für alles die richtigen Worte und erfreut euch am inspirierenden Austausch mit Dates, mit Kollegen oder euren Freunden. Für alle Singles, die auf der Suche sind, gilt, haltet die Augen in eurem unmittelbaren Umfeld offen. Es kann sein, dass ihr vielleicht über eure Geschwister jemanden kennenlernt. Der neue Kollege eures Bruders oder ein neuer Nachbar könnten unerwartetes Liebesglück in euer Leben bringen. Und da kann sogar der Seelenpartner dabei sein. Gleichzeitig ist es eine super Zeit, um eure Steuererklärung oder ähnliches zu machen. Ihr könnt jetzt leicht eure finanzielle Situation verbessern, indem ihr Rat von Freunden annehmt und euch helfen lassen. Am 20. März um genau 22.24 Uhr ist Frühlingsanfang. Dann geht die Sonne in den Widder und gleich danach gibt es am 21. März den Neumond im Widder. Und der wiederum ist super wichtig, weil er den Übergang Plutus in den Wassermann am 23. März begleitet. Nehmt euch in dieser Phase auf jeden Fall Zeit, um euch zu erden und euch energetisch auszurichten. Meditation ist ein wunderbares Werkzeug, um in eurer Mitte zu bleiben. Der März kann aufgrund seiner ganzen Planetenübergänge und damit verbundenen Energiewechseln eine etwas anstrengende Phase für euch sensible Wesen werden. Deshalb ist es besonders wichtig für euch, gesund und stabil in eurer Energie zu bleiben. Plant bewusst Pausen ein und nehmt euch Zeit für euch selbst. Themen, die sich jetzt zeigen, können sich wiederholen, denn wir haben einen zweiten Neumond im Widder und zwar am 20. April. Dann könnt ihr die Meditation darüber nochmal vertiefen. Am 23. März beginnt wie gesagt der neue große Plutotransit durch den Wassermann, aber erstmal nur für die nächsten knapp drei Monate. Achtet mal darauf, wie sich die Zeitqualität bis Juni so für euch anfühlt, denn das ist ein Vorgeschmack auf die Welt, die euch ab 2024 erwartet. Für die Fische wird Pluto in den Lebensbereich der Spiritualität und der Fantasie wechseln. Hier könnt ihr euch im Laufe der nächsten Jahre bewusst werden, wie machtvoll eure Verbindung zum Universum ist und wie bereichernd es sein kann, euch mit seelischen Themen zu beschäftigen. Am 25. März verabschiedet sich Kampfplanet Mars dann endlich aus den Zwillingen und entlässt euch aus der Spannung, die ihr in den letzten sieben Monaten hattet. Familiäre Themen können jetzt in die Heilung kommen, weil Mars sich direkt in einem harmonischen Aspekt mit Saturn verbindet. Ihr solltet auf jeden Fall kreativen Impulsen nachgehen. Das nähert eure Seele und wird euch in den nächsten Wochen besonders viel Lebensfreude bereiten. Das waren eure Tendenzen im März. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Und hier kommt meine Verlosung und ein Überblick über alle Videos und Produkte, mit denen ich euch bei den großen Energiewechseln der nächsten Woche begleiten möchte. Die kosmische Schwingung im März mit sämtlichen Planetenübergängen, Vollmond und Neumond und allem, was da für euch wichtig ist, besprechen wir im nächsten Livestream am 27. Februar. Und dabei könnt ihr auch wieder im Gewinnspiel mitmachen und ein persönliches schriftliches Horoskop gewinnen. Dazu meldet euch bitte aus Datenschutzgründen vorher an. Der Link dazu steht unten in der Videobeschreibung und den Shownotes. Am 6. März geht das große Special zu Saturn in den Fischen online und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann solltet ihr meinen Kanal abonnieren. Mehr darüber, welche persönlichen Aspekte Saturn jetzt und in den kommenden beiden Jahren in eurem persönlichen Horoskop bildet, erfahrt ihr in dem neuen schriftlichen Saturnhoroskop Wege zur Meisterschaft. Und das gibt es jetzt mit 30 Prozent Einführungsrabatt. In der Verlosung könnt ihr diesmal ein persönliches schriftliches Geburtshoroskop gewinnen und so nehmt ihr teil. Abonniert meinen Kanal, falls noch nicht geschehen, und postet mir hier einen interessanten und konstruktiven Kommentar. Erzählt mir gerne, wie meine Horoskope für euch funktionieren und wie ihr die Zeitqualität erlebt. Und wenn ihr mir dann noch euer Sternzeichen und euren Aszendenten verratet, dann kann ich auch selbst ganz viel davon lernen. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren und ganz wichtig, aktiviert bitte auch das Glöckchen für die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. In den nächsten Wochen erscheinen mehrere Beiträge, die euch durch die Zeit der großen Planetenübergänge begleiten werden. Und die blende ich dann hier ein. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen!